Guten Tag, hier bin ich wieder, euer Stu von uns zu klick. Heute, das ist dann das Wetter von Karl Ettlinge. Vorgetragen von Wolfgang Kaus, und zwar ein Palmengrader von Frankfurt aus dem Jahr 2011. Das Sonntagswetter, das ist ein Kreuz und Eiernis, das Sonntags immer Regen ist. So oft man Sonntags nimmt was vor, dann regens, stammt's und harren's nur. Und wenn die ganze Woche vermoß, am Sonntag geht der Regen los. Und dann ne der von früh und spät, als ob's nicht anders geht, das möchte ein Biss, das möchte ein Wild. Drum hab ich neulich auch gebrillt, ich möcht nur wissen, kurz und gut, warum's stets und das Regen tut. Mein Bub, der wo mir zugehört, der lacht und hat mich dann belehrt. Das Vater, ist nicht wunderbar? Das ist wie dicke Dinde klar. Ich, Vater, weiße Grund gewiss, es regent halt, weil Sonntags ist. Das Sonntagswetter, wie man es nimmt. Vorgetrage von Wolfgang Kaus, aus dem Palmengrader, Frankfurt, aufgenommen von Stuttgart-Vorfilm, Gerhard Pauli, der am Melianplatz 18 Fotostudio hat. Demnächst kommen noch mehrere Sachen. Horst gut zu, oder passt gut auf. Bis dann, tschüss. Stopp, noch was. Wir haben nämlich auch die zwei Sachen von dem Herrn Stolze und von dem Herrn Ettlinger, von Wolfgang Kaus gesprochen, auf DVDs. Die könnt ihr bekommen. Die DVD Stolze beinhaltet 18 Gedichte und die DVD Ettlinger beinhaltet 20 Gedichte. Jede DVD kostet 14,50 Euro plus Versandkoste. Bei uns, Stuttgart-Vorfilm, am Melianplatz 8, könnt ihr die bestellen. Adresse seht ihr unten. Danke, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020